Hallo, ich bin Lukas Reimann, komme aus Wiel im Kanton St.Gallen bei Nationalrat und präsidiere Downs, eine Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz. Die Begrenzungsinitiative will, dass die Schweiz die Zuwanderung wieder eigenständig regeln darf, so wie die allermeisten der 194 Länder der Erde. Ich setze mich ein für ein Ja zur Begrenzungsinitiative, weil jedes Land, das clever ist, studiert, überlegt, an Wachstum, Wohlstand und Lebensqualität unterscheidet zwischen den Leuten, die ins Land einwandern dürfen und dem Land etwas bringen und den Leuten, die das Land nur ausnutzen wollen und dem Land schadet. Man muss also die Einwanderung selbst steuern und selbst lenken. Das ist mit der Personenfreizügigkeit nicht möglich. Darum stehe ich ein für ein Ja zur Begrenzungsinitiative am 27. September, so wie das die meisten intelligenten Länder auf der Welt machen, sei es Kanada, Singapur oder Neuseeland. Ja zur Begrenzungsinitiative, um unsere Natur, unsere Jugend, unsere KMUs und unsere Arbeitnehmenden zu schützen.